Ich mache heute einen Humber Cocktail, aber ich nehme mit ins neue Jahrtausend und dann wird der richtig richtig lecker. Humber mit Avocado, mit der Bohnen, passt alles dann zusammen. Wir starten. Ich habe eine Pfanne, mittlere Hitze, die Erdnüsse, hauen wir da rein. Nächstes tun wir die Nudeln frittieren. Wir brauchen eine starke Hitze, also nicht ganz Vollpower, ein bisschen drunter. Eine Minute maximal. Eine halbe Minute von der einen, eine halbe Minute von der anderen Seite. Die Erdnüsse können wir langsam mal durchschwenken. Während die Erdnüsse so vor sich hin rösten, können wir schon mal die Avocado schneiden. Das können wir einmal drehen. Dann haben wir den Kern. Mango kommt für mich rein, das hat so eine fruchtige Komponente, die rot-gelben, sehr intensiven Geschmack. Musik Die zwei Scheren hier, die hebe ich mir auf für später für die Dinger, die Komponente, alles verletzungsfrei geschnitten. Und jetzt kommen wir zur Marinade. Nur zwei, drei Spritzer von der Fischsoße. Ich verzichte auf den Glas, ich mache das Ganze auf einen Teller. Musik So mein lieber Hummel, willkommen im neuen Jahrtausend. Oh, ha 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 ha.